Hallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schloss Raulldorf. Ich habe hier ein G-U Hebetierschloss und da ist es so, es funktioniert nicht mehr, also der lässt sich hier nicht mehr drehen. Ja, und ich will jetzt mal eben beigehen, das mal eben öffnen und dementsprechend wieder erneuern. Bitte nicht selber machen, ich bekomme manchmal ganz ganz viele Schlösser, die machen mir immer die Nieten kaputt und dann habe ich immer wieder ein Problem, das Ganze wieder zu verschließen, also wenn es geht, bitte nicht dabei gehen oder eben halt so aufmachen, dass die Nieten dementsprechend heile bleiben. Ich mache mich jetzt mal eben hier ran und dann gucken wir mal, wie das gleich aussieht, wenn es wieder fertig ist. Das G-U-Schloss habe ich jetzt wieder repariert und jetzt kann man noch sehen, das funktioniert wieder hervorragend. Das können wir jetzt wieder einpacken und dann schicken wir das zum Kunden und dann kann er das Ganze wieder einbauen. Das war's von meiner Seite aus und ja, dann freue ich mich schon auf mein nächstes Projekt.